Herr Kapellmeister, der Ton ist geprüft, das Licht steht auf, und das Publikum ist auch da. Alter, läuft bei euch, he? Ihr habt wohl gestern noch nicht genug gefeiert, oder wie sieht das aus? Wollen wir das heute mal nachholen? Wir haben diese ganzen Klampfen und Geigenscheiß uns mal weggeräumt. Wir machen ja anständige Musik, wir sind ja schon erwachsene Männer mit Beuchen und einem gewissen Alter. Und bevor es draußen richtig warm wird, machen wir es jetzt hier in der Halle erstmal richtig warm. Wir wissen ja alle, mit diesen akustischen Instrumenten kann man nichts machen so richtig, denn... Würdest du loslegen? Technik erlaubt es uns, mit interaktiver, erotischer Software die aufregendsten Sachen anzustellen. Und ab sofort, von hier, geht's, hat es hier! Wir müssen das hier aufregend sein! Danke! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020